hallo meine lieben herzlich willkommen zum auspack video nummer 15 und ja viele päckchen sind nicht mehr übrig also hallo erst mal viele päckchen sind nicht mehr übrig aber ich dachte mir heute mal neuer hintergrund ich glaube ich habe das stativ schief stehen ihr seht den baum jetzt etwas schief glaube ich aber sorry ich habe mit dem stativ immer so meine schwierigkeiten und ja heute gibt es also päckchen nummer 15 und das machen wir jetzt gemeinsam auf mein gott ich bin total verpeilt irgendwie dieser hintergrund ist doch nicht so optimal so also ich vermute mal ihr werdet euch denken können ich bringe es gar nicht auf hier ist eine kleine ecke ich sehe ihr seht ja gar nichts so hier ist eine kleine ecke wo ich glaube ich rein fummeln kann also ihr werdet es euch denken können ich glaube ist die sticky notes welche überraschung es sind sticky notes und zwar wieder kawaii sticky notes love letter so mal gucken ob es scharf wird wenn ich jetzt irgendwie ist nur der baum scharf so jetzt wird er scharf also hier love letter sticky notes mit herzchen und komischen figuren da ist ein ich kann die nicht so ganz definieren aber es sind auf alle fälle kleine sticky notes und ja ich finde sie ganz süß ich habe sie auch noch nicht ich habe mich trotzdem gefreut wenn was anderes als sticky notes drin gewesen wären aber gut es ist wie es ist es sind sticky notes und ja sie sind ganz hübsch und dann sehen wir uns morgen wieder tschüss tschüss